So, dann wünsche ich dir mal einen guten Appetit, ne? Brauchst du kein Besteck? Besteck? Nein. Ich esse die immer am ganzen Stück. Boah, die ist so lecker. Ähm, du hast da Pizza im Gesicht. Wo denn? Hier? Ja, ein bisschen tiefer. Jetzt ist es weg? Nee, noch nicht ganz. Jetzt? Ja, jetzt ist es besser. Okay, danke. Du willst die Pizza auch geschnitten, oder? Du schneidest Pizza mit der Schere? Ja, wie macht man das denn sonst? Ja, mit einem Pizzaschneider. Hä? Nee. Will jemand noch was von meiner Pizza? Aber das ist doch dein erstes Stück. Ja, aber ich kann nicht mehr, das reicht mir. Aber ich hab so Bock auf diese Pizza. Isst du deine Pizza nicht mit der Hand? Nein, ich bin doch kein Assi. Das machen nur Proleten, sorry. Wo ist denn deine Pizza hin? Wie, wo ist meine Pizza? Ja, hier. Aber da ist doch nur Rand. Ja, das ist doch das Geilste, der Rand. Den Rest mag ich gar nicht. Den kannst du haben. Kann ich denn noch ein Rand haben?